Ihr Schäuptrainer Thorsten Lieverknecht schickt heute folgende Mannschaft aufs Feld im Tor. Die Nummer 1 Marianne Pekovic. Mit der Nummer 4 Matthias Henn. Die Nummer 6 Damir Vrancic. Die Nummer 8 Denis Doan. Die Nummer 9 Orhan Anemi. Mit der Nummer 10 Mirko Pohland. Mit der Nummer 14 Omar El Abojoli. Die Nummer 15 Roman Däuerkopf. Die Nummer 18 Simeon Jackson. Die Nummer 19 Ken Reichel. Sowie der Mannschaftskapitän Prennys Krupke. Das alles unter der Regie des Chefkos. Thorsten Lieverknecht. Musik. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.